Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play, Aperture Tech, The Portal, The Paint Gun, Testing Initiative, Wizz... Äh, Erik. Erik und Erik. Von Erik, ja. Da bin ich schon von dem englischen Titel sofort aufs englische rübergegangen. Aufs den englische. Ja, das ist eine, äh, wie heißt die Map? Äh, die Gravity Co-op, Easy Map. Da, bei dem Medium Map, letztes Mal, dass wir sie mich verkackt haben. Aber die war nicht Medium. So, wie kommt denn da rein? Ich würde sagen, äh, ich springe mal etwas, das ist bestimmt eine gute Idee. Nicht. Ich denke einfach mal so. Genau, als wir auf mich schießen. Was noch rübergekommen? Was war das? Warum ist der kaputt gewesen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Äh, habe ich gerade die Map kaputt gemacht? Ähm, ja, das war's mit der Easy Map. Gut, ja, ähm, war easy zu verkacken. Hä? Hä, warum ist die kaputt gegangen? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Hey, ach so, jetzt ist es zugegangen? Jetzt? Die Tür ist auf. Okay. Wahrscheinlich hätte man den Cube da reinschmeißen sollen. Aber warum auch immer der kaputt gegangen ist. Okay, ich hab, ich hab die, äh, Paint Gun, das heißt, ich muss hier rein und du musst auf der anderen Seite rein. Ja. Oh, bübü. Wie konntest du nochmal einen Tipp machen? Ja, genau. So. Duck Jump. Du kannst hier rüber, ne? Genau. Mach mal hier drauf, bitte. Okay. ein bisschen tiefer genau gut ach ich bin jetzt gut wie sie spielen ich auch mehr ich glaube man zum das ist ein Leben besser als ich zum Längen besser als ich glaube ich nicht doch ich weiß nur noch nicht wie ich das hier machen soll ich denke ich muss vor unternehmen paar Portals machen ich mache einfach mal ein kleines Portal da unten hin ich glaube ich weiß was du machen kannst da ist doch eine Portalfläche stimmt oben sind Portalflächen ach da kannst du rüberkommen aber nie das geht da du kannst doch was da oben sind Gitter ja da sind Gitter dann schießt trotzdem mal eins hin und hier eins ah ja du kannst auch hier drauf perfekt danke ach komm ich bin so schlecht guck mal was da sind so okay guck mal was da ist warte jetzt wird es peinlich jetzt wird es peinlich das ist ein easy map das ist mein tag ja du musst ja nicht so viel jumpen pass da um ah Knöpfe ah deswegen wahrscheinlich Zero Gravity ja komm schieß mir Portale hier drüber na warte was erstmal bei dem wo wo willst du denn Portale da eins und da eins kann ich nämlich mal von oben auf die Map gucken was ich mache ich mal eins ich kann ja auch mal eins da machen hatte da ist vielleicht mir so ein Blick nein oh Gott das hat mich zurückgepustet ach Gott ähm ja also nur als kleine Anmerkung ich bin hier die schlicht ähm naja ja ich sag's mal so man muss bei äh auch bei Apert Attack muss man üben wie schaffe ich den Jump also ich mach's mal links ich denke mal es muss vielleicht hier hin dann hab ich das rote Gel ich hab kann ich nicht das rote Gel ist gesperrt ah da muss häng ich hier hier und ja ich muss die Wand voll machen warte ich will den Jump sowas von nicht schaffen nein so knapp du musst bis ganz da drüben mhm ja du kommst ja auch nicht irgendwie vorwärts ne nö und die soll easy sein na bisher ist hier vom Denken her easy na vom Denken her ist sie easy äh jetzt vom Können ach immer warum krieg ich dieses Klapp nicht hin ich will nur darüber hinaus äh darüber hinweg lenken 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 keine Ahnung dass wir so schlecht sind die schlechtesten Testroboter die sie bisher hatten glaube ich so nein ach man ach wir sind wieder beide ja scheiße Suizid ist wichtig ich finde das zu geil wie ich laufe Millimeterarbeit du hast nie viel Half-Life oder Counter-Strike gespielt oder nein merkt man wieso Jump muss man können hey das ist ein Duck-Jump ich habe wirklich nie Half-Life oder Counter-Strike wirklich viel gespielt um diese Jump zu schaffen musst du einfach springen und dich doch nicht mal muss man sich nicht mal ducken langweilig so kannst du noch mal ähm warte hier noch ein bisschen machen wohin hier da wo du bist ja genau hier noch ja und dann noch so ein bisschen Schuss noch da hin zu machen nach da hin äh warte tiefer noch ein bisschen okay danke muss ich doch den Jump schaffen ich habe einfach immer einen zu spitzen Winkel boah ne man wird von dieser wand immer so scheiße weggeleitet jetzt bin ich einfach zu unskillig dafür warte ich komme mal zu dir rüber ich sehe okay nein hier ist nichts zu machen haha wobei doch ich sehe jetzt hier aber auch nicht irgendwie eine weitere Portalfläche schöner die das sind auf jeden Fall schon mal sehr professionell bei einer Easy Map ja das kann sein dass der gleiche Macher ist der auch die die Medien das hätte ich mir gemerkt immer diese das abbreiten von den Wänden das kann ich aber nicht jen jen was los auch mal scheiße wo ich drüber bedingst ich mach vorgibt du sperrst den anderen da ein wenn das war so bis zum nächsten Tod wir sehen uns wieder äh jetzt schaffe ich es so und deswegen kommen wir nicht weiter boah wäre das bitter das wäre jetzt echt bitter aber es ist schaffbar du achst du achst du achst die 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 jetzt stecke ich hier drin fest die die Und merkt, wir sind soziale Roboter Ja Ich weiß nicht, ich muss dir nachher mal Die Aperture Links Meinst du den Portal 2 Trailer? So mit Robot Fast und sowas Ne, ne halbe Sekunde länger oder so Ja Man kann ihnen trauen Gute Arbeit Roboter Warte mal Wir müssen sich beschleunigen Stehe, ich muss noch mal runter Dann musst du das ganz laut rücken Warte Was machst du? Ja, ich komme schon Dieses Mal hoffe ich, dass wir die Map schaffen Weil zwei Fails am Stück Naja, das bin ich so nett Ich bin gestorben, warte Jo Können wir aber dafür auch schon mal Das benutzen, um etwas besser Die Portale zu machen Also da und da Fällst du durch? Ja gut Den ersten Jump habe ich gesagt schon Puh Man sieht Oh Gott Okay, heute ist nicht mein Aperture Tag Merke ich schon Ach, der Tag wird noch lang Jetzt Gut Nicht schlecht Gut Ich muss halt nur die ganze Zeit nach unten gucken So Und Bereit? Jo Ich muss jetzt recht nach oben gucken Warte Wenn ich nach oben gucken muss Dann muss ich von hier reingehen Und Scheiße Scheiße Okay Dann gehe ich nochmal zurück Nee, die sind scheiße Immer noch Denk ich, oder? Ja Ja, nee Vielleicht bin ich das andere neue Schießer Boah Nee Ich jump Ich Halt immer Diese eine Scheiß Wand ab Das kotzt mich an Ich glaube nicht Ey, schon zwölf Minuten Die anderen sind wahrscheinlich Der hat für zwei Minuten durch Bei Easy Hatte ich das auch gedacht Alter Man hätte diese Map mit Facecam machen Jetzt glaube ich Verzweifelt ich hier fail Wir Wir müssen mal so eine Facecam Woche machen Geht das bei dir? Warte Kommt drauf an Wo ich in das Portal einsteige Das hätte ich jetzt nicht tun sollen Nicht sterben Das große Problem Ich muss ja nach oben gucken Warte So Mache da weiter Nach links das Portal So Mit dem sind wir in einem anderen Winkel Das Nee Oh Gott Das geht doch So Jetzt hier nicht an die Wand gehen So Sag mir doch Wenn du bereit bist Äh So Warte Die ganze hinten rein Die ganze hinten rein Jo Nein Da ist ein Klappdruck Du hast nur noch den zweiten Klappdruck Geh rein Da kannst du vielleicht mal einen Sprung wieder Nein Warte 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 Lass mal los Mach mal das Portal weg Ähm So Geht er nicht Doch Doch Geht Haha Guck mal was die Pässe um macht Das andere noch Buh Ich hab die Brücke Gut Da Vor dir Ah Nee Da Dahin kannst du mir jetzt ein Portal schießen Ah Da musst du dich wieder Oh Das gibt eine kurze Zeit Da musst du dich Nee Beschleunigen geht nicht mehr Äh Warte Und jetzt schießen wir da noch eins hin Meinst du das klappt Ja Warte Pass mal auf Ach so Du willst von da oben da reinspringen Und dann steh Jo Steh Was machen da eins hin Und da eins hin Übrigens Scheiße Warte ich mach ein anderes Warnes Warte 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 Ach scheiße Mach dir schnell das Game Warnes Uh nein das war ein Schicht Ach egal Da komm ich ja wieder hoch Du darfst jetzt nur nicht fallen Ja Nicht fallen Das sagten sie auch den Soldaten im Krieg Treff jetzt Kommst schon gut raus Nein Nicht Stopp Hey Okay du bist wieder zurück Zumindestens überlebt So So Portal 1 Portal 2 Spring ins linke rein Okay Ganz knapp Dann hab ich aber ne Idee Und zwar Warte Schieß mir mal eins an die Schräge Das ist sowieso grad weg Die Schräge ist weg Achso Warte mal Ne komm nochmal hoch Ja Da ist nochmal die Wand hier voll Komplett Hier noch so Höher ein bisschen Da wirklich alles haben Guck mal Da ist Ich könnte versuchen den Jump Darüber zu machen Oder versuch nochmal hier ein bisschen Oh Gott Ich riskiere einfach mal den Jump Ich meine hier rüber komme ich ja Musst ja nur da im Blut verbleiben Und kannst du hier noch Ne hier kannst du kein rotes Geld drauf machen Schade Warte mal Vielleicht so Ja Was macht das hier? Oh Gott äh äh was? Okay gut Hey Äh was? Nein Das ist fies Ich versuche einfach mal mit der Banzlei zu gehen Ich versuche einfach mal mit der Banzlei zu gehen Ich muss mich auch umbringen Warum? Du hast die Stege nicht mehr Oh Oh Nein Warte Verdammt du Oder war nicht gefallen So da haben wir aber schon mal die erste Naja Knarrr Scheißwand Hey Schon fast 20 Minuten nach einer Easy-Man Pfff Mach mir natürlich mit zu äh Ja 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 Wir haben die Map im Voraus schon mal gespielt und wollen euch jetzt nur bestmöglichst Hoffentlich nicht mich Nein 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 Namensvetter bringen sich nicht um Puh Damit könnte ich Konkurrenz ausschalten Hohohohohoho Was? So Ich weiß nicht was der rechte macht Moctivieren kann man den Ja 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 So stelle ich kurz drauf Jetzt schnell Jetzt schnell Ich darf mich wieder umbringen du hast die Brücke nicht mehr Ja Bin zu schlecht dafür Bin zu schlecht dafür Ich bin zu schlecht Wir zählen jetzt gleich zu dritt runter du weißt ja wo der rauskommt Naja Ja So und dann sag ich drei Und dann Wie meinst du soll ich in dieses Dings In dieses blaue erstmal an der Wand springen dass ich ein bisschen höher komme Ich mach dann gleich Ich mach dann gleich einfach das da Und dann soll ich los gehen Und dann sollst du da rein springen Oder besser gesagt da rauf rennen Geh schnell rüber Für mich ist das jetzt kein Problem da zu sein So dann stellst du dich da drauf So Gut Jetzt Ne warte noch nicht noch nicht Wir wollten das ja mit Countdown machen Aber was bringt es mir jetzt eigentlich genau Warte Problem ist halt eben dass sie mich runterziehen Du musst halt ganz schnell durch Ich Es war ein bisschen spät Ich hab den Direkt gedrückt Obwohl ich Dann sind die Teile Verzögert Scheiße Ich war so schon so dreiviertel unten Ey Ich mach den Toten Achso ja Äh Da Die sagen Schutter machen dann aggressiv Der Budgettec macht dann aggressiv Hi Hi Na denn ich versuche mal eine Stelle zu finden wo ich mich umbringen kann Mach das Mach das So Ich komme Ich meile mich So 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 Perfekt Und jetzt So Gut Und jetzt Das war's Ja Ja Wir haben nur 22, 23 Minuten gebraucht Ach ja Naja das war's mit der Map Ja Oh wir sind im falschen Team Community Link ist unten in der Videobeschreibung Wo ihr euch auch die Map runterladen könnt und ja Genau ja Link zu unserem netten Mitspieler ist natürlich auch in der Beschreibung Auf einer Wiedersehen Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Ciao 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 Ciao